ein karamell ok hey da 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 ab in den sattel wieso kann ich nichts wählen wieso kann ich nichts wählen langsam ja ich war noch grad die kommentare am lesen entschuldigt dass ich war ein bisschen langsam bleibt ja nicht aus jetzt nicht so schlimm sind senden das wird aus der stadt rausgekommen aber alles gut es sind in der autos b ist der fahre in der rege jetzt war ich zu langsamer sind in der autos b die autos b halt stopp jetzt rede ich halt stopp ich bin zu der hand Oh Gott, das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Das ist doch auch nicht gerade besser. Sag mal, was ist denn mit deinem Nightbot los? Hat der besoffen? Warum? Warum? Oh, ich höre Klang fast mal nicht, wegen der Typ. Er postet, ja, dein Nightbot postet gerade hintereinander weg. Ja, ja, wegen dem, ja, wegen dem, entweder ist die Zeit um oder halt die Zeilen sind abgelaufen. Das kann natürlich beides auf einmal passieren. So macht er ja nichts. Wie sie gucken, der Konsumer so böse. Die da ist, als würde man müssen da kacken. Party spinnt rum bei mir. Ja, ja, hab's gerade schon gemerkt. Was ist weiß und stimmt beim Essen? Eine Schneelawine. Oh Gott. Geh weg, mein Checkpoint. Geh weg. Geh weg, mein Checkpoint. Geh weg. Juhu. Oh. Wah. Wah. Witz von meiner Cousine, okay? Witz von meiner Cousine. Oh. Hahaha, geil, Alter. Und auch, meine Playstation hat irgendwie komischerweise jetzt mittlerweile eine Macke. Ja. Ich weiß nicht warum. Die nimmt mittlerweile immer Videos auf, obwohl ich gar nicht mehr drauf drücke. Okay. Ja, irgendwie fängt alles an zu spinnen. Das ist der einzige Witz, den sie kann. Okay. Wie kann denn Stefan so schnell fliegen, ey? Mann. Das gibt's doch gar nicht. Flexi, erzähl du doch mal einen Witz. Ja, Moment. Das war auch schon. Genau. Genau. Mann! E-Flex, ruhig bleiben. Das kostet bis Energie. Das stimmt. Äh, ich soll einen Witz erzählen. Oh Gott, da müsste ich aber echt überlegen, ja. Was ist braun und springt von Ast zu Ast. Achso, ja. Nein, das ist ja kein Witz. Das ist ja, das ist ja nur ein Spruch. Ein Affe springt von Ast zu Ast, bis der Ast ins Arschloch passt. Das ist ja nur ein Spruch. Das ist... Das ist so... Weißt du welcher Spruch unlüstig ist? Hast du gestern schon Outlets gespielt? Nein, hab ich noch nicht. Ja, was denn? Ja, was denn? Nein, 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 nein. ich fliege vorbei nein was macht denn der bist du besoffen hüberschrauber 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 ich drehe völlig hier durch a god oh god wer wollte dieses rennen machen ich hasse euch in silence ich hasse euch so mann fuck ich hasse fliegen im spiel ist so schlecht kann ich gar nicht liegen also ich bin mir so schlecht diese musik die macht mich jetzt gerade voll weiß nicht ich brauche rebel radio ich bin zwar nur dritter ein hey ding klang hast du rausgeflogen aus der lobby oder was hier gar nicht mitbekommen ich bin rausgeflogen also bist du doch letzter consumer er fliegt mit seinem ehrwolf ich bin es geil den händln um den insel noch und den insel noch den insel noch na gut ey der airwolf macht aber spaß Ja, Outlast kommt, ja, 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 Outlast kommt auf jeden Fall. So, wer alles da ist. Hey, Kaffeepause ist da, Kaffeepause 1, hallo, willkommen in der letzten Live-Show, passt ja gerade zum Frühstück, ja. Ein wunderschönen guten Morgen. So, ja, wir sind immer noch im Stream von gestern dran, seit 20 Uhr. Ich gucke gerade, Rambo 63 ist da, Stone ist da, wer haben wir denn noch? Du, 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 Black Soul ist da. Ja, ja, sprach der Fürster. Ah, ich muss auswählen, ich muss auswählen. Die Stange zog er die Stange um den Teppich sich schon. Seine Schwester Käthe saß auf den Teppich und nähte. Ja, ja, sprach die... Der muss selber schon lang. Ja, aber das ist... Das Flüssige ist, das Ding hat nie ein Ende, das geht immer wieder von Funde los. Achso. Die unendliche Geschichte. Ich muss mein... Ähm... Die Lobby ist voll. Warum auch immer, keine Ahnung warum. Hä? Ja, super. Für Klanggas war es nicht ganz gereicht. Ist ja auch geil. Ja gut, gehen wir gleich im freien Modus, das ist ja nicht schlimm. Hey, Pink! Die Socke wird es jetzt allen zeigen. Gott, welche nehme ich denn da? Die Socke juckt. Ich muss mal deine Socke wieder waschen. Ja, ich muss meine Socke wieder waschen, genau. Wäre das schon im freien Modus drin? So, ich bin auf meinem Weg. Viel Spaß noch. See you. Ja, mach's gut. Äh, nee, noch nicht. Ciao, ciao. Machen. Machen das... Machen das Rennen hier noch, ne? Jo. Okay. Das ist natürlich auch geil. Achso, die Vertifizierten von Rockstar da. Was schreibt der Nightbotter? Lucy, yeah, piece of cake. Lucy, yeah, piece of cake. Und dann stopp. Typing in caps, warning. Ja, warte, warte, warte. Keine Ahnung, das schreibt der so. Der ist dafür so. Der Nightbotter hat eh gesoffen. Yeah, piece of cake. Magier, weg mit deinen. Nur Socke da auf Pinkes Auto fahren. Die Socke. Geh weg. Wo ist der erste Platz? Mann. Nicht zu früh, Freund, Socke. Nicht zu früh, Freund. Ja, Robbie Willis und Kylie Minogue laufen gerade im Radio. Ja, schön. Jetzt geht's. Die, 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 die. Ah. Ich krieg den ersten irgendwie nicht. Das ist faszinierend. War, war aufholen eigentlich an? Ich weiß es gar nicht. Wer ist denn noch im Chat? Äh, außer mir. Ich glaub, Konsuma ist noch da. Zwischendurch mal. Wenn er nicht gerade rennen fährt. Mit uns. Ich fahrrad gehen rennen. Ansonsten, äh, ja, Mein Freak sieht wahrscheinlich da sein. Aber ihr fahrt noch entlöpig, ne? Ja. Ja, noch eine Runde. Noch eine Runde. Ich krieg dich. Die Socke krieg dich. Die Socke krieg dich. Die Socke krieg dich. Wenn die Socke keinen Fehler macht, krieg die Socke dich. Ja, die Socke macht einen Fehler. Scheiße. Mann. Fuck. Ja, toll. Jetzt ist Socke. Ah, ich fahr aber mit Windschatten. Windschatten. Mach's gut. Mach's gut. Hihihihi. Toll. Alles nur regen. Dia, blauer! Homo! Du blauer Homo! Oh! Entschuldigung, das... So, das... sollte nicht so sein. Verteidige die Farbe. Mann! Guten Morgen, Frau Wiener! Einen wunderschönen guten Morgen! So. Ups. La 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 la. Das hat gerade Laude explodiert. So. Ich bin im Ziel. Guten Morgen zusammen und er ist tatsächlich noch am Stream im Fall. Ich fall vom Glauben ab. Ja, natürlich, hab ich doch gesagt. Na, Logo. Hallo? Wenn ich sage 24 Stunden, dann meine ich 24 Stunden. Also, es ist das Einzige... Was du verpasst hast, ist halt das Ende von Resident Evil. Zehn Stunden haben wir insgesamt Resident Evil gespielt. Ja, und GTA war halt das zweite Game. Das läuft jetzt noch bis circa 12 Uhr. Danach gibt's dann Outlast. Fertig. Bumm. Im Speedrun. Einmal schnell durch. Ich hoffe, ich hab die Konzentration noch dafür und sterbe nicht permanent. Gut, dann wird's natürlich länger gehen. Das ist... Das liegt ganz daran... Nee. Liegt ganz daran, wie mein wertes Befinden ist. Wie er angebt mit seinen Knöcheln quetschen da. Ja. Ja. Machen wir, machen wir. Warte mal. Denkle mal rein. So, dann hoffen wir natürlich, dass auch... Mein Gott, 40 Zuschauer waren vorhin schon da. Ich seh grad noch mal kurz da, die... Ähm... Die Vorschulern ist... Also, freier Modus. Ja, free. Freier Modus. Ähm... Was wollte ich gesagt haben? Ich hab's vergessen. Irgendwas, was wollte ich gesagt. Irgendwas... I don't know. Ich hab keine Ahnung. Outlast. Yay! Socke, nicht Söckchen. Söckchen, wir haben ja auch eine Zuschauerin, die heißt Söckchen. Deswegen Socke, immer Socke nennen, nicht Söckchen. Socke. Socke, Gewinne. Du Socke. Du alte, schäppige Socke. Irgendjemand hat ein unbekannte, hat 3000 Topfgeld auf mich ausgesetzt. Wieso machen die das? Vielleicht ein NPC? Weil du das Auto geklaut hast? Oder so? Und wo geht das denn? Machst du das NPC sowas? Ja, ja klar. Wenn du den auch so klauselst und sowas. Aber ja, ich hab mich... Ich hab ein Auto geklaut. Ja, dann... Ne, eine Topfgeld wurde von 5000 auf mich ausgesetzt. Unbekannter. Noch mehr. Tja, so viel. Mach doch gar nicht. Keine Ahnung, I don't know. I don't know. Ne, da ist der Mann. Ähm... So. Das ist also ein Lager. Hab ich jetzt ein Lager schon bekommen, oder? Frau Klang, Klang, Kaspar. Ja, Radrennen. Radrennen. Dein Ernst. Okay. Auch Trecker fahren? Ähm... Dann müssen wir noch Silence einladen, ne? Einmal Einladung für meinen Mann, bitte. Ja, machen wir, machen wir, machen wir, machen wir, machen wir, machen wir. Einladung. Ähm... Wir sind sofort wieder da. Moment. Lalalalalalalalalala. Warum haben wir ihn denn? Da ist er. Zack. So, da sind wir schon wieder. Ähm... Ja, wie können wir denn... Ja, toll. Der Andi ist schon da. Mach mal auf geschlossen, bitte, schnell. Bevor sonst noch einer dabei tritt. Äh... Doch. Info der beigetretenen Spieler. Da musst du einen zurückgeben. Eine... Eine Einstellung. Servus. Hi. Einen wunderschönen Morgen. Äh... Ne, du kannst ihn rausschmeißen. Du musst du auf... Äh... Wenn du bei dem Menüpunkt, wo geschlossene Spieler steht, musst du einmal kreisdrücken, damit du im Menüpunkt zurückkommst. Und dann kannst du Info der beigetretenen den Spielladen sehen. Und dann kannst du da wählen... Oder bin ich das, der Horst? Ne. Und dann... Achso. Da wo der Andi noch da ist. Nix zu danken. Ja, wir müssen ja irgendwie die anderen uns hier einladen. Wie kann ich denn hier... Oder kann ich die rausschmeißen? So, ich kann jetzt schon mit dem Rad rennen. Ach, ich kann die rausschmeißen, oder? Ne, doch nicht. Ne, empfehlen, melden, ne. Ja, er ist an der Part. Ja, Stefan ist da. Ja, ja. So. I'm a level in a box. Ne, ich glaube rechts, links, ganz links muss ich glaube ich klar, dass wir auswählen, wer hier spielt geschlossen oder so. Dann geht es natürlich immer automatisch raus. Ne, man kann die auch rauschmeißen. Also zumindest war bei mir so. Okay, sie sind einfach beigetreten. Ich bin gerade beigetreten. Ich schaue mal. Ah, ich schaue mal die Karte an. Oh Gott. Hallo Zuschauer, Radrennen. Eins von 13. Ja, das sieht ja vielversprechend aus. Yeah, übelst die krasse... Krasse Radrennen-Action. Juhu. Juhu. Äh, lalalalalala, was ist denn... Wie schaut's aus? Oh, die Musik ist doch ganz geil. Was ist denn das für Center? Non-Stop-Pop-FM. Stefan Einladung bekommen? Schicks nochmal. Jetzt muss ich schon mal das Lied zu. Ach, für den Lady Gaga ist das alles klar. Ja, jetzt... Ah, jetzt... Ja, eine... Applaus, 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 Applaus... Ja, klar, Applaus, klar. Applaus, Applaus. Applaus. Was ist das denn? Äh... Warum seh ich mein Motorrad oben irgendwo aufm... ...Hochhaus? Ich auch. Das kann nix so Gutes bedeuten. Das kann gar nix Gutes bedeuten, das... Die dürfen jetzt bestimmt gleich sterben gehen. Äh, bei Minecraft könnte ich auch, äh, äh, irgendwann mal mitspielen. Also, wenn du spielst. Ja, weil in Zukunft. Ja, klar. Ähm... Ach, du Scheiße. Nein. Ich hab ne ganz schlimme Befürchtung. Ach, du... Ich wusste es. Nein. Das war mir sowas von dran. Was ist das denn? Was ist das denn? Nein. Wie soll ich denn da... Wie soll ich denn da rüberkommen? Was mach ich? Jetzt aussteigen? Juhu. Äh. Oh. Das ist super süß. Ich hab das vollkommen falsche Motorrad dafür. Das ist ja... Oh. 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 Oh, der tat weh. Alter, der ist ja... Ach, du Scheiße. Ey, solche Rennen sind geil. Die machen Traum. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Boah. Alter, ich schaff das wie im Leben. Dafür ist meine Konzentration zu weit weg. Ich glaube nicht, dass ich da jemals auf den ersten Container komme, oder? Ich probiere es mal. Warte mal, Steins. Okay, du musst in den Ganzen. Wie soll man denn da rauf? Okay. Oh! Wie kann ich denn hier... Wie kann man denn hier, wenn man runtergefallen ist, irgendwie sich zurücksetzen? Oh. Dreieck, okay, Dreieck, okay. Achso, weil ich mal mich fallen lasse auf dem Boden. Ach, ich spawner mich wieder hier. Ja, das ist gut. Ich hab das vollkommen falsche Motorrad. Das kann jetzt nicht wahr sein, dass da mich da drin... Jawoll. Äh! Nein! Das gibt's doch nicht, Mann. Ich hab voll so einen Beach-Song an. Wie die Beach-Boys. La 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 la. Nein! Oh, geil! Ja, 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 nein! Oh, komm, ich hab gedacht, ich kann wenigstens... Ich hab gedacht, ich kann wenigstens laufen zum Ziel. Wenn ich schon im Container stehe. Oh, komm! Das ist ja geil. Dö, 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 dö. Huhu! So, wo geht's weiter? Wie komm ich? Okay, 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 okay. Hurra! Nein, 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 nein. Ich fäll's halt runter. Ich fäll's halt runter. Aaaaaaah! Scheiße! Mann, ich war drüben gewesen. Ey, fuck! Okay, dann müssen wir, dann müssen wir doch oben drauf. Wieso? Wieso? Gott! Verdammte Axt! Hm, shit. Das ist ja... Oh, nee. Oh, komm! Das ist so Christ, glaub ich. Shit. Komm, noch niemals bei den Container-Enderungen. Wie soll ich denn da rüberkommen, bitte? Hallo! Hallo! Oh! Ja, 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 das ist, das muss doch irgendwie... Nein, nicht so falte! Oh, meine Leute! Boah, er wurde in der Luft von seinem eigenen Motorrad erschlagen. Das ist natürlich auch geil. Das ist doch... Was? Wollst du laufen oder was? Oh, ich hab'n Falsch umgezündet. Oh, oh! Ich bin drüben! Ich bin drüben! Ich bin drüben! Aua! Uua! Aber nein, das... Oh, scheiße. Fuck! Scheiße, Mann! Ich bin jetzt erstmal grad bei diesen Rampen da, oder was ist das? Scheiße! Oh! Ach du Scheiße! Fuck! Scheiße! Da muss ich mehr... Da muss ich mehr Anlauf holen. Das ist... Wo ist denn hier der Check? Was? Da unten? Wie bitte? Oh! Und wo ist der Nächste? Am Kran? Oder was? Oder wo? Achso, okay. Ach, bis ganz... Ah, bis ganz vorne. Ah! Ui! Und dann bis ganz vorne runterfallen lassen, oder was? Ja, die liegt hier. Und ich brauch' mein Motorrad, aber ich komm' da nicht dran, weil... Ja! Super! Pfff! Was? Was? Was ist das denn, bitte? Flatsch auf dem Boden. Super! Die Rampe, die daneben ist, sie ist ja auch sehr intelligent gesetzt. Wenn man da so gut hinkommt. Mein Motorrad liegt da noch rum. Kann das mal einer wegnehmen? Das ist scheiß. Wie soll ich bitte denn da auf die Rampe kommen? Mal ganz ehrlich, es ist... Mein scheiß Motorrad liegt mir im Weg! Ach komm, das glaub' ich jetzt nicht, ne? Geh' weiter, ich... Wie muss man das machen? Wie kommen wir noch rüber mit dem Hinterrad? Oh! Ich jetzt liegen zwei... Jetzt liegen zwei Motorräder da, oder was? Ach nein! Ich schaff' das nicht. Woh! Woh! Fuck! Scheiße! Ja, du musstest jetzt Hinterrad frühzeitig heben. Und mit schon ordentlichen Schwung... Dann sprich... Aaaaaaah! Die Musik dabei! Aua! Aua! Hallo? Hallo? Hi, komm! Ah! Oh, ich hab' den Checkpoint gekriegt! Ich hoffe, ich starte jetzt da Ja, ich spawn hier Ach du Scheiße Und jetzt? Achso, jetzt da runter, oder was? Äh, und wo muss ich? Okay, jetzt muss ich da hin Und dann Einmal hier rum Juhu, es geht weiter Ach du Scheiße Was? Wo? Wo ist der Checkpoint? Unter mir? Wo soll denn bitte der Checkpoint sein? Nein Willst du mich verarschen? Ja, ich hab's gesehen Es ist, oh nein Oh, fuck Scheiße Mann Das ist aber mies Und jetzt dann da wahrscheinlich hin irgendwie Und die, ja natürlich treffe ich den Container nicht Das ist, ja super Und das ist Das ist ein Ah, Gott Ah, fuck Das heißt, da brauchst du schon ein bisschen mehr Anlauf Also am Anfang ist ja mehr Glück als verstanden Aber ich ruhig was Mitchell